Freunde, mal eine kurze Nachricht, weil das Thema heute am frühen Mittag aufkam. Und zwar wurde die Kaufverpflichtungsklausel von Borussia Dortmund für Jan Kautow, der von Manchester City ausgeliehen war, ausgelöst. Und das bedeutet, Kautow ist jetzt offiziell langfristig an Borussia Dortmund gebunden. Das berichten die Medien so auch übereinstimmend. Und der Preis beläuft sich dabei auf bis zu 30 Millionen Euro. Natürlich inklusive Boni. Und ich habe mich ja schon gefragt, was passieren muss, damit die Kaufverpflichtung ausgelöst wird. Es war ja klar, dass der BVB eine hat. Ich habe gedacht, dass diese hauptsächlich dazu dient, dass man auch aus Dortmunds Sicht abgesichert ist, falls sich der Spieler irgendwie schwerer in dieser Zeit verletzt oder Sonstiges in der Richtung passiert oder er sich vielleicht gar nicht vernünftig durchsetzen kann, sodass man da noch die Möglichkeit hat, dem Ganzen irgendwie zu entgehen. Aber offensichtlich waren die Kriterien, die man dafür erfüllen musste, keine besonderen. Ich meine, Kautow hat jetzt sieben Pflichtspiele für den BVB absolviert. 331 Minuten. Vermute mal, dass es die Pflichtspieleinsätze waren, die hier ausschlaggebend sind für eben diese Klausel. Und dass er auf sieben Pflichtspiele kommt, das war natürlich zu 100% klar. Früher oder später im Verlauf der Saison. Also ist das hier vor allem ein sehr krasser Deal aus ManCity Sicht, die ja 2020 6 Millionen Euro für den Spieler auf den Tisch gelegt haben. Dann gab es ja einige Laien bei City selbst, konnte er sich nie wirklich durchsetzen. Und jetzt, ja inklusive Boni, bis zu 30 Millionen Euro. Das muss man auch mal machen. Spieler für deutlich mehr zu verkaufen, als man selbst gezahlt hat, ohne dass der Spieler dabei großartig für den eigenen Verein eine große Rolle gespielt hat. Das hat man ja jetzt lediglich durch Laien dahin gebracht. Deswegen muss man sagen, aus City-Sicht ein mega starker Deal. Wie ich das aus BVB-Sicht bewerten möchte, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Kautow konnte sich ja bis jetzt noch nicht so richtig zeigen. Wurde in vielen schwierigen Situationen eingesetzt. Beim BVB läuft es ja gerade auch nur so semi-gut. Aber man muss sagen, bis hierhin konnte er noch nicht wirklich überzeugen. Allerdings will ich an der Stelle auch fair sein. Die meiste Zeit seiner Karriere hat er einfach bei portugiesisch- oder spanischsprachigen Klubs verbracht. Und da ist Deutschland, Borussia Dortmund, anderes Land. Auch andere Ansprüche, die der Verein hier hegt, im Vergleich zu Girona oder Braga. Das ist einfach eine ganz andere Welt, wo man dem Jungen auch die nötige Zeit einräumen muss. An sich bringt er ja fußballerisch alles mit. Man muss es nur in Anführungszeichen demnächst auch mal auf den Platz bekommen. Denn immerhin hat man ja jetzt hier auch eine Menge Geld für den Jungen auf den Tisch gelegt. Und da erwarte ich dann auch, dass man hier wirklich alle Hebel in Bewegung setzt. Dass der Junge sich auch beim BVB nach und nach immer wohler fühlt. Damit er eben seine Leistungen auf den Platz bringen kann. Nichtsdestotrotz kam die feste Verpflichtung dann doch deutlich früher, als ich damit gerechnet hätte. Ich habe halt echt gedacht, dass die Parameter nicht ganz so schnell erreicht werden. Aber das Ganze ergibt natürlich Sinn, wenn man bedenkt, dass City im Sommer vorhatte, den Spieler eigentlich fest zu verkaufen. Und so passt das Ganze ja dann auch gut zusammen, warum man sich dann am Ende doch auf eine Laie einigen konnte. Wie dem auch sei, das Ganze ist auf jeden Fall fix. Eine richtige Meinung kann man sich da gerade wahrscheinlich nur schwer drüber bilden. Ihr merkt ja, ich tue mich da jedenfalls schwer mit. Aber ihr könnt mir dennoch eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Ansonsten findet ihr wie immer eines meiner neuesten Videos in der Endcard. Und wenn ihr nichts mehr zu den Top-Themen der Bundesliga oder Borussia Dortmund verpassen wollt, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.